Hi Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven KF hier in Norderstedt... ...und wir beschäftigen uns seit 25 Jahren mit dem Thema Fahrzeugsicherheit... ...und in meinem heutigen Video geht es um die Onboard-Diagnose... ...und wie wichtig das ist, diese Onboard-Diagnose umzubauen. Denn die Täter, die sich heutzutage auch spezialisiert haben... ...mit hochwertigen Fahrzeugen zu handeln... ...die kommen mit solchen oder ähnlichen Programmiertools... ...die sie im Internet bestellen können... ...und suchen dann ganz schnell Anschluss an der Onboard-Diagnose. Das ist ein weltweiter Standard, den haben alle modernen Fahrzeuge... ...und über diese Onboard-Schnittstelle gibt es halt ganz, ganz viele Möglichkeiten... ...komfortabel das Fahrzeug zu warten... ...aber den nutzen die Diebe natürlich auch, um sich Schlüssel neu anzulehren... ...oder um die Wegfahrsperre zu deaktivieren... ...oder um die werkseitige Alarmanlage zu deaktivieren. Und wenn der Täter es einmal geschafft hat, bei einem Fahrzeug das hinzubekommen... ...dann kann das bei allen Fahrzeugen aus dieser Serie... ...und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Onboard-Diagnose immer umbauen... ...wenn die Fahrzeuge zu uns kommen und wir bauen hier eine Alarmanlage ein... ...so wie bei diesem Honda Civic, haben wir eine Viper-Alarmanlage eingebaut... ...dann bauen wir auch immer die Onboard-Diagnose... ...und in diesem Fall haben wir die Onboard-Diagnose von der werkseitigen Stelle... ...wo sie bei allen Honda Civic sind, weggebaut, verlängert an eine andere Stelle im Fahrzeug... ...und selbst wenn der Täter nach minutenlanger Suche diese Stelle finden sollte... ...findet er ohne dieses Adapterkabel überhaupt gar keinen Anschluss in dem Auto... ...und das ist der günstigste und wirkungsvollste Schutz, um sein Fahrzeug vor Diebstahl zu schützen. Wenn ihr euer Auto schützen möchtet und eine Frage zu dem Thema habt, könnt ihr mich gerne anrufen... ...0172 40 90 295 lautet meine Rufnummer... ...schickt mir auch gerne eine Mail, info at kai-stufen.com... ...oder schreibt es unten bei YouTube in die Beiträge rein... ...oder ihr besucht uns in Hamburg in unserem Shop... ...vielen Dank, euer Kai Stufen. Musik Musik Musik